Moin, mein Name ist Felix. Manche andere kennen mich vielleicht aus dem Schwimmbad-Video. Da habe ich das Haarsystem schon unter Extrembedingungen getestet. Heute teste ich es beim Crossfit noch mehr Extrembedingungen, da ich viel mehr schwitze als beim Schwimmen. Heute sind wir bei Hard & Heavy im Studio in Hamburg. Ich mache jetzt eine Stunde Workout. Ich stoße, ich werfe, ich stemme für euch. Wenn ihr das sehen wollt, kommt mit! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! So, wir sind jetzt eine Stunde dabei gewesen. Das Workout ist durch, ich bin ziemlich froh. Ihr habt es gesehen, Janice hat dran rumgezerrt, ich zerre nochmal dran rum, es hält bombenfest. Ihr braucht keine Angst haben. Wenn ihr mehr wissen wollt über das Haarsystem oder sonst irgendwas in diese Richtung, checkt den Kanal, da findet ihr alles, mehr Extremvideos und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Felix! Tschüss! Vielen Dank.